Hier ist wieder der Tess Michel von YouTube! Schleich hat ein paar schicke Figuren zu dem Film Batman vs. Superman rausgebracht. Die habe ich schon mal für euch bestellt und heute stelle ich euch folgende vor. Das Schleich Spielzeugfiguren Doppelpack, also Batman und den Superman aus dem gleichnamigen Film, könntet ihr auf Amazon bestellen. Dieses kostet rund 12 Euro. Wer sich das mal anschauen möchte, der Link dazu steht im Textfeld unter dem Video. Dann haben wir jetzt das Duo Batman und den Superman. Schicke Verpackung, hier seht ihr die beiden Figuren. Das kennt ihr schon von den anderen Videos. Die Verpackung ist ja immer gleich und dann wollen wir die beiden mal auspacken. «Not unter dem Ich das war – so viele Plugin elementiert werden sollen müssen lassen. ございます. Panords in diese sich. Die beiden. Đ Hans 7, Lehi! Vielleicht. Leben. Fangen wir mit der Batman-Figur an. Die sind ja alle handbemalt. Hier seht ihr dann den Kopf. Gefällt mir sehr gut. Dann den Oberkörper mit Tonnenbrust und Sixpack. Hier noch die dicken Armmuckis. Handschuh. So, machen wir noch hier den Gürtel und dann noch die rechte Seite. Sehr schön detailliert. Kommen wir zu den Beinen. Die schauen dann so aus. Und hier unten dann noch die Stiefel. Steinuntergrund. Und dann einmal nochmal von hinten. Ja, prima. Der Umhang ist übrigens unten leicht beweglich. Seht ihr hier. Aber ansonsten ist der ziemlich steif. Jo, Superman! Den hätten wir hier. Auch gerade zum zeigen. Umhang wieder so leicht beweglich. Aber ansonsten starr steif. Und dann haben wir hier den Kopf. Der schaut dann so aus. Oberkörper. Von den Muskeln her nicht ganz so detailliert wie beim Batman. Der Horst fährt gerade die Mülltonne rein. Sehr löblich. Und hier dann nochmal die Stiefel. Steinuntergrund. Und dann einmal Superman von hinten. So, machen wir gerade nochmal beide im Vergleich. Dann seht ihr das hier besser. Und so schauen die dann aus. Die Figuren. Und nochmal dann von hinten. Jo, prima. So, stellen wir euch mal da so hin. Dann kommt noch Wonder Woman. Und der Batman in seiner neuen Rüstung. Ja. Die Figuren aus dem Film Batman vs. Superman von Schleich. Habe ich euch dann mal in den letzten drei Videos vorgestellt. Mir haben die richtig klasse gefallen. Ist halt was. Ich sag mal für Sammler. Die sich dann ins Regal stellen. Man kann natürlich auch mit spielen. Nichtsdestotrotz. Tolle Produkte. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Und dann sag ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. kim Vielen Dank.